Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Heute geht es um ein sehr spannendes Produkt, was mich die letzten Wochen im Alltag begleitet hat. Und zwar die Sony WH-1000XM5. Ich hatte mir die beiden Vorgänger schon hier auf dem Kanal in den letzten Jahren angeschaut. Nun also das neueste Modell und ich muss sagen, das macht schon wirklich Spaß, das zu nutzen. Warum? Das klären wir natürlich im Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Los geht's nach dem Intro. Nach zwei Jahren löst jetzt Sony mit dem WH-1000XM5 den Vorgänger, also den XM4 ab. Und wir haben hier natürlich ein Over-Air-Design, wie es auch schon vorher der Fall war, mit Active Noise Cancelling, den Transparenz-Modus und so weiter. Schauen wir uns gleich an. Es gibt diesen hier auch in zwei verschiedenen Farbvarianten. Einmal in schwarz oder wie ich es habe, in diesem Fall Platinsilber. Finde ich nach wie vor schön. Ich hatte immer diese Farbvariante und ja, so habe ich es auch bei diesem Kopfhörer wieder beibehalten. Hier in dieser Sequenz seht ihr auch nochmal den direkten Vergleich zum Vorgänger. Was auf jeden Fall auffällt, dass der XM5 jetzt nochmal schlanker gehalten ist, moderner. Und ich finde auch irgendwie, dass er frischer aussieht. Könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Außerdem ist dieser jetzt nicht mehr faltbar wie der Vorgänger. Hat einfach den Vorteil, dass er zum einen robuster gehalten ist. Und ja, hier knarzt jetzt nichts. Kommen wir als nächstes zum Thema Tragekomfort, denn das ist definitiv ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch bei Over-Ear Kopfhörern. Und ich muss sagen, die Vorgänger waren schon immer sehr, sehr angenehm zum Tragen und so sieht es jetzt bei diesem oder so fühlt es sich bei diesem ebenfalls an. Zum einen haben wir hier schön weiche Ohrpolster. Also das ist sehr, sehr angenehm. Auch wenn man mal über einen längeren Zeitraum den Kopfhörer trägt. Ich war zum Beispiel öfters mit dem Zug unterwegs. Da ist man dann auf jeden Fall auch schon mal so drei, vier Stunden unterwegs, wo man dann irgendwie verschiedene Podcast-Musik oder was auch immer hört. Ich hatte in einigen Tests gelesen, dass es eventuell etwas warm werden könnte oder dass die Ohren warm werden könnten unter diesen Ohrpolstern. Ich hatte jetzt in meinem Test das aber nicht unbedingt feststellen können. Ist vielleicht von Mensch zu Mensch ein bisschen unterschiedlich. Bei mir war es jetzt nicht der Fall. Was mir allerdings ein bisschen aufgefallen ist und zwar der Bügel, der war beim Vorgänger nochmal weicher gepolstert als es beim XM5. Ich hatte es jetzt in meinem Fall festgestellt, dass man schon nach einer Zeit hier oben so einen kleinen Druckpunkt merkt. Vielleicht liegt es einfach an meiner Gegebenheit, keine Ahnung, aber ja, das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Außerdem gibt es natürlich im Lieferumfang auch dieses Etui, welches sehr, sehr hochwertig gehalten ist. Es lässt sich dann aufklappen und da finden wir dann auch den Kopfhörer und so kann man ihn dann nochmal schonend transportieren. Ich würde sagen, jetzt gehen wir hier nochmal so ein bisschen mehr ins Technische und zwar starten mit dem Treiber. Dieser wurde jetzt nochmal neu entwickelt und hier haben wir jetzt einen 30mm Treiber. Beim Vorgänger war es ein 40mm Treiber und diese Membran besteht jetzt hier aus Kohlefaser, was einfach zu weniger Verzerrungen beim Klang führt. Und mit der Unterstützung des Bluetooth-Codec LDAC setzt sich der XM5 hier auch nochmal mit deutlich teureren Kontrahenten ab, zum Beispiel mit den AirPods Max. Zum Sound an sich kommen wir natürlich gleich nochmal. Allerdings verzichtet Sony hier weiterhin auf die Version des APTX-Codecs. Stattdessen setzt man auf ein KI-gesteuertes Upsampling von komprimierter Musik. Dieses nennt sich DSEE Extreme und das können wir über die Sony Headphones Connect App auch nochmal anschalten. Und da werden dann einfach komprimierte Musikdateien nochmal aufgewertet. Dann kommen wir jetzt aber wohl zu einem mitwichtigsten Punkt beim Kopfhörer und das ist natürlich der Sound. Und ich kann euch sagen, es macht so viel Spaß hierüber etwas zu hören. Sei es zum Beispiel ein Podcast, wo es jetzt natürlich primär auf die Stimmen drauf ankommt. Oder natürlich auch Musik, Hip-Hop, Elektronik, Tänz, was auch immer. Und hier ist mir aufgefallen, dass bei den Tiefen der XM5 nochmal ein gutes Stück präziser ist als der Vorgänger. Außerdem finde ich hat man auch das Gefühl, dass hier die Separation zwischen den Elementen nochmal besser gelungen ist und dass die Details auch nochmal mehr zur Geltung kommen. Was ich auch mal ganz wichtig finde, das ist der Bass, denn ich mag es einfach, wenn man den auch gut spürt. Und das kommt hier auf jeden Fall auch gut zur Geltung, muss ich sagen. Des Weiteren gibt es natürlich auch in der Sony Headphones Connect App die Möglichkeit für einen Equalizer. Da könnt ihr den Sound nochmal so ein bisschen einstellen, wie ihr es gerne machen möchtet. Aber ich muss sagen, straight out of the box bekommt ihr schon wirklich einen mega guten Sound. Weiter geht es mit dem Mikrofon. Hier haben wir jetzt acht verbaut, vier pro Seite und die sollen dann die Umgängungsgeräusche und auch die Stimme nochmal effizienter aufnehmen als bisher. Und vier von den Mikrofonen fungieren als sogenannte Beamforming-Mikrofone, die einfach die Stimme nochmal klarer, verständlicher einfangen sollen. Und ich würde sagen, das testen wir doch einfach mal und wir machen jetzt einen Mikrofontest. Denn alles, was ihr jetzt hört, das wird über die Mikrofone der Sony WH-1000XM5 aufgenommen. So könnt ihr euch einfach einen guten Eindruck davon nehmen. Also wenn ihr mal darüber telefonieren möchtet, einen Videocall machen möchtet oder whatever, das geht hier auf jeden Fall, muss ich sagen. Außerdem noch ein ganz cooles Feature, welches ihr in der App aktivieren müsst. Wenn ihr Musik hört und dann anfangt zu sprechen, dann wechselt der Kopfhörer in den Transparenten-Modus. Wenn ihr also jetzt bei der Bahn eine Ticketkontrolle habt oder so, dann könnt ihr mit dem Schaffner sprechen, ohne jetzt die Kopfhörer abnehmen zu müssen. Ihr beginnt beim Abnehmen, pausiert auch automatisch die Musik und es geht dann weiter, wenn ihr jetzt wieder die Kopfhörer aufsetzt. Außerdem sei praktisch, der Kopfhörer lässt sich hier auch mit bis zu zwei Geräten gleichzeitig verbinden. Zum Beispiel mit dem iPhone und mit dem MacBook oder welche Geräte ihr halt nutzt. An der linken Seite haben wir dann noch zwei Buttons und zwar einmal den Power-Button bzw. den Bluetooth-Connect-Button und dann, ob wir jetzt Noise-Canceling aktiviert haben möchten oder den transparenten Sound zum Noise-Canceling, kann ich auf jeden Fall sagen, das ist wirklich mega gut. Wenn man die Kopfhörer aufsetzt, man hört jetzt kein Rauschen, es ist super entspannt. Ich hatte es auch schon mal, dass ich jetzt im Hotel war und draußen auf dem Gang war es morgens um 6 Uhr oder so ziemlich laut. Leute sind mit Koffern durchgelaufen und so war echt nervig, habe ich einfach die Kopfhörer aufgesetzt und konnte dann auch entspannt weiter schlafen. Das ist auf jeden Fall auch super gut, weil man hört einfach kein Rauschen. Und generell, wenn man jetzt auch irgendwie im Zug ist, im Flugzeug oder so, wo natürlich dann auch ein höherer Lautstärkepegel ist, dann kann man hier auf jeden Fall super entspannt die Musik hören. Aber man muss auch die Musik nicht so laut machen, um jetzt Umgehungsgeräusche zu übertönen, da die hier einfach schon gut rausgefiltert sind. Dann gibt es natürlich auch noch die Touchgesten an der Seite, dass wir jetzt einfach die Lautstärke einstellen können, zum nächsten Lied springen können oder was auch immer. Oder wenn wir diese Geste machen, dann wird der Transparenzmodus kurz aktiviert, solange wie wir halt diese Geste machen und man hört, was um und herum los ist. Kommen wir kurz nochmal zum Akku. Dieser Kopfhörer schafft im ANC-Betrieb bis zu 30 Stunden Laufzeit. Hängt natürlich davon ab, wie laut ihr jetzt Musik hört. Und das sind aber auch nochmal 6 Stunden mehr als es beim Bose QuietComfort 45 und 10 Stunden mehr als bei den AirPods Max. Sehr praktisch finde ich auch die Schnellaufladefunktion. Das Ganze geht per USB-C. 3 Minuten aufladen reichen für 3 Stunden Musik hören. Ja, alles in allem muss ich sagen, bin ich extrem zufrieden mit den Sony WH-1000XM5. Sind wirklich sehr, sehr schöne Kopfhörer. Siehen vom Design her schön aus, muss ich sagen. Also am Ohr ist es nicht so klobig gehalten, sondern das sieht auf jeden Fall schön stimmig aus. Aber natürlich auch vom Tragekomfort. Wie gesagt, das Einzige, was mir aufgefallen ist, war der Kopfhörerbügel hier oben. Das könnte auch ein bisschen besser gepolstert sein. Aber ansonsten auch vom Sound, vom Klangbild und natürlich auch vom Active Noise Cancelling haben sie mir sehr gut gefallen. Ich möchte euch noch kurz eine Sache zeigen und da gehen wir nochmal in die Sony Headphones Connect App rein. Ich bin jetzt hier in der App drin. So sieht das Ganze aus. Da sehen wir auch oben schon den Audio Codec. Und wir haben jetzt hier den aktuellen Status. Dieser steht jetzt auf Verweilt, denn im Moment mache ich ja nichts. Wenn ich da einmal raufgehe, dann habe ich hier auch die Anstellung dafür. Und zwar erkennt ihr automatisch, was ihr macht. Also wenn ihr jetzt irgendwo rum sitzt, euch nicht bewegt, ist der Status halt verweilt. Wenn ihr geht, dann gibt es einen Status Gehen. Da habe ich die Anstellung gemacht, dass die Umgebungsgeräusche so ein bisschen wahrnehmbar sind. Oder wenn man läuft, zum Beispiel beim Joggen und so weiter, möchte ich jetzt schon mehr hören, was um mich herum los ist, damit mich jetzt irgendwie kein Auto überfährt oder was auch immer. Oder wenn ich jetzt im Zug bin, beziehungsweise während der Beförderung, möchte ich das komplette Noise Cancelling haben. Könnt ihr so einstellen, wie ihr es habt möchtet. Und es wird dann je nach eurer Situation automatisch angepasst. Hat auch extrem zuverlässig funktioniert, muss ich sagen. Bei der Rubrik Sound könnt ihr hier noch Speak to Chat einstellen. Das heißt, wenn ihr jetzt, so wie ich jetzt, irgendwas sagt, geht automatisch der Transparenz-Modus an. Equalizer gibt es hier noch. Und ja, es gibt noch so ein paar weitere Sachen. Hier könnt ihr noch die Touch-Gesten und so weiter einstellen. Aber ja, das lasse ich jetzt einfach mal. Ansonsten, wenn ihr noch weitere Fragen dazu habt, stellt sie gerne unten in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Ich gehe jetzt hier noch ein bisschen damit raus und höre ein bisschen Musik. Wir sehen uns dann wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann.